Musik Zum 20. Mal sind Zedler Schüler im Tanzen gegeneinander angetreten. Die Jugendlichen der Haupt- und Realschule, der Integrierten Gesamtschule und der Außenstelle des Lothar-Meyer-Gymnasiums hatten selbst Tänze einstudiert. Sie haben auch die Musik selbst ausgewählt und eigenverantwortlich geprobt. Die Aula der Gesamtschule wurde zur Bühne und vor den Augen der Konkurrenz und einer Jury mussten die Schüler zeigen, was sie können. Musik